Wir sitzen jetzt links und rechts in den Ecken, so dass die zerquetscht werden würden, wenn man das so machen würde. Ich muss sagen, in München Innenstadt, hier in der Umweltzone, gibt es noch nicht so viele Insekten. Ich habe hier generell ganz wenig Insekten bisher gesehen. Was war das denn? Warum habe ich keinen Fallschirm? Alter, was? Unge, was war das?